Heyo, wir sind mit zwei. Wieder am Start. Auf Afghanistan. Mit den Bekannten vier. Jawoll. Mit mir, dem lieben Kevin, dem Thomas und dem Reto. Nice. Einen Xenron weniger. Einen Xenron. Die Waffe fühlt sich übelst fett an. Fett? Ja, beim Zielen. Was hast du gespielt? ACR. Ich weiß nicht. Eine ACR, die einfach einen halben Blechwinkel kaputt ist. Komische ACR, oder? Glaub ich auch. Sehr schönes Ding. Steht auf dem Plateau vor... Wo denn? Da oben. Die Schüsse... Alter, ich hab... Ich dachte, die Schüsse kommen vom Tunnel, man. Wie lange warst du eigentlich schon da? Ich war bisher nur da. Ah, okay. Also vorher noch mehr am Tunnel, aber... Dann machen wir mal hier. So. Jaaa... Schade für mich. Wunderschön. Eins Wundwund ist auf A. Geh nicht da hin, die sehen dich. Das Tor oben. Aber ich seh die nicht. Nein, wie denn? Das war doch drauf. Stimmt. Schade. Und dann haben wir noch da hinten geschaut. Wenn du flash warst du kurz, sonst hätte die dich geflasht. Flash hab ich nicht mal weggekriegt. Pfff. Pfff. Search and destroy. Ja, ja. Äh, das hab ich gleich gedacht. Hä? Bin geflasht? Hm. Mal passiert. Denkste, Luke. Denk ich was? Was sollen wir so machen? Äh, ja. Deiner Bunker. Einer ist unser Spawn. Letzter unser Spawn. Hast du das jetzt wieder gesehen? Hast du gesehen? Ich hab keine Ahnung wo das ist. Achso, wir uns in unserem Spawn irgendwo, aber keine Ahnung. Ich seh die nicht. Da könnte auch Tunnel gerannt sein, ne? Du hast was. Ja, oder? Dann ist es so. Ah, ne? Wie ist es Bombe? Ja, direkt da. Haha, das ist mal die Bombe, wenn ich bin. Du. Was? Ja. Erstmal hier. Wo schlecht war das denn? Rett, du bist über die Mitte gerannt, sagst du? Nee. Wie bist denn du zum kleinen Bunker hingekommen? Ah, ja, ja. Ich bin unten. Einfach am Bunker entlang. Ja, du bist über die Mitte gerannt. Und nicht über die Mitte ist beim Flugzeug vorbei. Ich lass es lieber mit der Sniper. Oh, okay. Er ist, äh, Richtung Bombe. Nein, war links. Richtung Bombe. Ich guck da nochmal links. Ja, andere Seite Bombe dran links. Ich dachte mir so, du guckst nicht nochmal da rein. Wenn du mich doch auch schon da reinrennen hast sehen. Wo hab ich dich rein so einen Schritt? Du hast Kevin vor meiner Nase getötet. Das hab ich nicht gedacht. Ai, der andere war low, geh zurück. ich war ein meter hinter kevin so froh spiel ich mit kevin wenn der diese dreckswaffe spielt halt ich muss 70.000 dp machen hinter dir du wirst genervt was schießt du hast du ihn gesehen? ja ich hab ihn auch gehittet sag mir doch an wo der steht what the fuck ich hab das einmal durchgelaufen gewesen gehabt sein jesus christ du schießt auf mich und ich denk mir nur so what the fuck was geht denn jetzt ab ich hab nicht auf die fenster geschossen ich hab rein auf das auto geschossen dass das auto explodiert aber dann hätte er nämlich reethonen abgang gemacht er wäre gegen das nächste geflogen nachladen drei kugeln und dann gib ihm der bodegel ist schon nice kann ganz schön nice sein ja der sitzt wieder an seine standard vor sie in der hülle geht hinten rum wie war das große plateau wie war das doppelwiegel ist gut ich hab ihn gehittet ich flasche dich wird es den fiese getötet ich flasche dich ich dachte du stehst hinter mir und stehst von hinten das war jetzt noch nicht mehr. du bist bereit für den nächsten wechsel. du bist bereit für den nächsten wechsel. ich mach wieder einen wechsel, sorry. du bist bereit für den nächsten wechsel. ich bin bereit für den nächsten wechsel. du bist bereit für den nächsten wechsel und beendet. jetzt ist nicht besonder, das war Dragon Ball Z. was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Naja. Er ist schon durch mit Bunker. Der andere sitzt wahrscheinlich für der Höhle. Mh mh. Psch. Lotto. Alter. Lass ihn. Dass er noch überlebt hat. Pff. Ja 5000 Hits hat dann bekommen aber nichts stehen. Ich hab gezählt. Das waren 13. War zu kurz. Ja. Ja. Alter ist die Waffe laut. Ja. Egal. Damit steckst du einfach die Nachbarshunde. Die aber 20 Häuser weiter wohnen. Hat doch nichts. Muss ja nicht immer alles baseln. Das ist ein kleiner Bunker. Da steckt immer gar nicht. Aha Reto. Pass mal auf. Da stand ein Wun Wun. Äh. Ist recht Wun. Uhuhuhu. Ich war nie kleiner Bunker drin. Nicht. Du bist aber reingelaufen. Nein. Ich bin nicht da reingelaufen. Ich bin daneben vorbeigelaufen. Ah ok. Aber da sagen dass du gesagt hast. Bin ich nicht. Habe ich gewusst du läufst weiter. Du willst. Kommst in die Ruhe. Bin ich nicht. Hab ich nicht. Mach ich nicht. Wieso geht ihr aus dem Scope raus wenn ich schieße. Weiß ich nicht. Reto das war ganz knapp würde ich sagen. Letztes Überleben da ist schwer zu töten. Nee. War nicht knapp. Aber wir müssen schützen. Oh ja. Gut. Dann lass ich dich mal. Da. Schön versteckt. Haben sein. Ja Mann. Eine Pose mag ich nicht wenn er da herkommen würde. Er ist im Tunnel links. In der Höhle? Ja. Denkst du hat er die Bombe? Ja. Du wirst gesehen haben wobei er ist. nach links gerannt ist. Schön. Er sitzt einfach oben. Er macht diesen. So Luke. Jetzt wird richtig. Richtig Aids. Ja. Warum? Lass sie gleich sehen. Also nicht für dich sondern für die anderen. Ja. Oh Mann. Tiki. Das ist natürlich doof. Ja. 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 Ich hab nur gesehen wo die Flash her kam. Ja. Da war es aber leider schon zu spät. Soh. Schau mal einen an. Hallo. Hier ist wo dun aber schon zu spät. Hm. Alter. Ich schau rein und seh dich nicht. Ja. Jetzt bin ich, jetzt bin ich verwirrt. Warum? Weil ich jetzt verwirrt bin. Hallo? Ja, Luke, bist du tot oder was? Nee. Weil ich dachte so, der kann nur bei dir sein. Außer er wäre bei mir unten rumgerannt. Zwischen Seiten. Reto? Hä? Wir schaffen das noch. Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Einer ist weh. Du hast jetzt wieder gesehen. Alles schön. Anderes. Anderes. Ritter, ich bin dir ganz schön lange hinterher gelaufen und da wusste ich nicht, soll ich dich mit den Akimboru-Revolver töten oder mit dem Messer? Da liegt er da. Search and destroy. Außer. Destroy the objective. We got the bomb. UAV online. Man, das ist Flugzeug A. Schön. Ich sehe auch nicht, diese Map ist so Schmutz. Da fällt es Robin hier. Robin gefällt die Map. Ja. Robin? Man sieht halt auf der Map am wenigsten gefühlt, meiner Meinung nach. Da muss dein Charakter eine Brille anziehen. Glaube ich auch. Was mein ich? Keine Ahnung, wo er ist. Ich sehe nichts. Da muss ich auch gucken, wie ich dich gesehen habe. Okay, das war es halt wirklich. Ich lieg halt am Boden, ist halt... Ne, machst du nicht viel. Ja. Hey, 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 hey. Oh. Oh. Pff. Hey, er kommt mit der Shotgun. Was ist das? Nein. Na unten, denk mal in der Mitte. Voll schau. Jawohl. GG. Oh. Ich habe mir zuerst die Flash vollkommen oben gegen die Kante gehauen. Da habe ich sie selbst geflasht. Scheiße. Ja, okay. Ähm. War ein bisschen unfair irgendwie. Aber mit dem bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Was?